Meine Region ist Ostdeutschland. Es ist für mich eine der schönsten Regionen überhaupt. Sehr ehrgeizige Menschen. Sehr direkt, sehr offen. Die Unternehmer haben ja quasi nach der Wende von Null auf angefangen, mussten sehr flexibel auf die neuen Marktgegebenheiten reagieren und haben damit sehr viel Fleiß und Engagement Weltmarktführer hervorgebracht. Unsere Kunden kommen aus allen denkbaren Industriebranchen, aber wir begleiten natürlich auch Immobilienprojekte und Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Die Leipziger Niederlassung ist total bunt. Wir bilden eigentlich das gesamte Leistungsspektrum der Bank ab. Wir haben uns als Immobilienfinanzierer hier sitzen, die Gutachter, die Projektfinanzierung, Flugzeugfinanzierung hier sitzen. Unsere Kunden schätzen an der LBBW, dass es ein verlässliches Haus ist, dass wir stabil sind, dass wir gut kapitalisiert sind, dass wir seit Jahren die gleichen Ansprechpartner haben. Die Leute haben ein Grundverständnis für die Region und das ist ein ganz großes Asset, dass wir da wirklich nah dran sind und dass es da ein sehr hohes Vertrauensverhältnis zu uns gibt. Frisch akquirierter Neukunde, wir sind noch kurz vor Valutierung und da rief der mich an und meinte, ich habe mich letztens mit befreundetem Unternehmer XY unterhalten und habe ihm erzählt, wie gut das läuft. Der möchte Sie kennenlernen. Und wenn man diesen Zugang einmal erreicht hat, dann hat man Partner fürs Leben. www.sde宿p.com